Besserer Cashflow durch gutes Forderungsmanagement. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Wir sprechen also über das Thema, wie Cashflow und Forderungsmanagement richtig zusammenhängen, wie der ideale Prozess aussieht, in einem guten Forderungsmanagement, um den Cashflow zu erhöhen. Und dann gebe ich dir am Ende noch einen kleinen Hack mit auf den Weg. Also, lass uns in dieses Video starten und damit herzlich willkommen. Ich bin Robert Giebenrath, externer CFO für Wachstumsunternehmen. Wir kümmern uns ganzheitlich um den Zahlenbereich. Das heißt, sowohl gute Rechnungswesenprozesse, wo das Ganze hier mit reinspielt, als auch Controlling Done For You, als auch auf der Basis finanzstrategische Beratung. So, da geht es auch um viel die Maßnahmen in dieser Strategieberatung und oft ist eins der größten Painpoints das Thema Forderungen. So, das Ganze wollen wir uns jetzt angucken. Schritt Nummer 1, wie hängen diese beiden Themen denn eigentlich zusammen? Cashflow ist an sich die Differenz von Einnahmen minus Ausgaben, sozusagen. Und also, was kommt rein auf dein Konto? Was fließt raus von deinem Konto? Die Differenz ist der Cashflow. Wenn du dein Cashflow sozusagen erhöhen möchtest, musst du gucken, dass du entweder mehr Einnahmen hast oder weniger Ausgaben. So, jetzt ist es oft so, dass gerade bei Dienstleistern, gerade im Handwerk ist es so, dass du zum Beispiel super viel Auftragsvolumen abschließt. Dein Salesbereich stark ist 100k abgeschlossen, 250, 500k im Monat abgeschlossen. Und jetzt ist das eine das abgeschlossene Auftragsvolumen. Das andere ist, dass das Geld auch wirklich irgendwann auf dem Konto landet. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, weil es ist halt immer so, du hast einmal das Thema abgeschlossenes Auftragsvolumen. Geschlossenes Auftragsvolumen. So, das muss sich erst konvertieren in Umsatz. Das bedeutet, dafür musst du Leistung erbringen und diese Leistung in Rechnung stellen. Dieser Umsatz wird dann zu einer Forderung, weil du stellst die Rechnung, und das Geld ist ja nicht sofort auf dem Konto, sondern du stellst die Rechnung und dann muss der Kunde irgendwann überweisen. Und aus dieser Forderung wird im letzten Schritt Cash. So, und das ist dieser Prozess. Du schließt es ab, abgeschlossene Auftragsvolumen, Umsatz, Forderung, Cash. So, und jetzt wollen wir über dieses Thema hier sprechen, über die Forderungen. Weil die Forderungen sind das, was die Kunden dir noch schulden, also die Außenstände. Und je höher diese Außenstände sind, umso mehr fehlt dir dieses Geld auf dem Konto. Ganz einfach. Das ist immer so eine Abhängigkeit. Hohe Forderungen, wenig Kohle. Niedrige Forderungen, viel Kohle. So geht das auf und zu. Und entsprechend, wenn du deinen Forderungsbestand reduzierst, erhöhst du dabei deinen Cashflow und entsprechend die Kohle auf deinem Konto. Und deswegen ist das Forderungsmanagement gerade bei wachsenden Dienstleistern, Handwerkern, produzierendem Gewerbe so unfassbar wichtig. Im E-Commerce geht es meistens über Zahlungsdienstleister gleich rein. Manchmal wartet man auf eine PayPal-Auszahlung. Okay, aber bei Dienstleistern und so, da ist es so, jetzt Dienstleister auch für Handwerker, produzierendes Gewerbe, sage ich mal, benannt, ist es so, du stellst die Rechnung, du machst super viel Umsatz so, aber die Kohle kommt oft nicht rein. Und das bricht einem meistens die Beine bei der Skalierung, weil diese Kohle fehlt. Hier ist auch immer noch die Umsatzsteuer zusätzlich mit drin. Wenn du 10K in Rechnung stellst, sind hier 11.900 Euro in den offenen Forderungen. Die musst du ja reinbekommen. Und manchmal dauert das dann über zwei Monate, bis die reingehen. Das heißt, du führst schon wieder die Umsatzsteuer ab und gehst sogar nochmal in Vorleistung. Diese 1.900 Euro, ne? Und das ist halt absurd. Das heißt, du musst dich um diesen Punkt hier, gerade wenn du wachsen willst, extrem kümmern. Das heißt, Forderungsmanagement ist super wichtig, um den Cash zu erhöhen und so nicht gegen die Wand zu fahren, weil oft zu lange kann man in Vorleistung nicht gehen. Wenn dir zwei Monate Umsatz fehlt, das ist ein Außenstand von 60 Tagen auf dem Konto, dann können viele Unternehmen sich schon die Kosten gar nicht mehr leisten. Das heißt, dann brauchen sie Finanzierung, dann gehen sie vielleicht, oder gehen halt über die Wupper. Und deswegen ist dieser Punkt so wichtig. Und deswegen sieht man ein Unternehmen mit Vollgas, super guten Vertrieb gegen die Wand fahren, weil dieser Punkt nicht stimmt. Jetzt gucken wir uns an, was beim Forderungsmanagement wichtig ist. Das Forderungsmanagement ist, wie vieles andere auch, ein Prozess in deinem Unternehmen. Das heißt, hierfür gibt es sowohl gute Tools, als auch muss der Prozess richtig definiert sein, als auch muss die Anwendung einer Person gut funktionieren. So. Und das muss man sich alles angucken. Dieser Dreiklang muss halt stimmen. Die Person muss dahingehend richtig ausgebildet sein, das richtige Tool muss ausgewählt sein und der richtige Prozess mit dem richtigen Workflow, den richtigen Checklisten muss in place sein. Und das ist enorm wichtig zu haben, weil das wird oft stiefmütterlich behandelt. Ist ein Buchhaltungsthema. Ja, ist ein Buchhaltungsthema, aber ohne dieses Buchhaltungsthema gehst du bankrott. So. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass die Kohle auf dem Konto landet. Und entsprechend ist dieses Forderungsmanagement so unglaublich wichtig. Und an sich ist das Forderungsmanagement im Prozess relativ simpel. Du hast an sich dein Angebot und so weiter und dann bringst du deine Leistung und stellst dann die Rechnung. Also, es geht um das Thema Rechnungsstellung. So. Aber auch schon hier beim Thema Rechnungsstellung passieren oftmals, sehe ich oftmals Themen. Und zwar, dass die Rechnungen gar nicht pünktlich gestellt werden. Man bringt seine Leistung oder Setup hat man vereinbart, dass man die ganze Zeit direkt am Anfang stellt. Und die Rechnung wird nicht gestellt. Das dauert länger, wird erst am Ende der Woche, am Ende des Monats gemacht. Und man versäumt die Rechnungsstellung. Ja, da musst du dich nicht wundern. Dann ist die Forderung noch nicht mal zu einer Forderung geworden, sondern das hängt immer noch hier. Du hast noch nicht mal einen Umsatz generiert, weil du die Rechnung noch gar nicht gestellt hast. Der Umsatz geht erst mit Rechnungsstellung einher. Sonst hast du hier irgendwo Feenstaub verursacht, aber keinen Umsatz. So. Und das heißt, die Rechnungsstellung alleine hier ist der Prozess wichtig, dass du hier eine verlässliche Person hast, dass die ihre richtigen Deadlines hat für die Rechnungsstellung, dass die weiß, wie die Rechnung gestellt wird und dass das in dem richtigen Tool gemacht wird. So. Vom Thema Rechnungsstellung geht es dann über. Und dann ist sozusagen das Thema entweder Geldeingang oder Mahnung. Mahnungen. Also hier wird dann halt entsprechend der Mahnlauf stattfinden. Das bedeutet, wenn die Kohle nicht eingeht, dann Mahnung. Und dann kann es entweder passieren, dass aus dieser Mahnung dann das Geld bezahlt wird oder das Ganze geht weiter, jetzt vereinfacht gesagt, ins Inkasso. So. Und hier gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, die man macht. Entweder gibt es die Kohle oder es ist ein Forderungsausfall. Das ist an sich so, jetzt mal ganz grob gesagt, der Prozess. Aber wir müssen uns vor allem den Prozess angucken, es muss pünktlich eine Rechnung gestellt werden. Und was ist hier drin? Was passiert in diesen Mahnungen? Und in diesen Mahnungen, da hast du, da sollte es unbedingt so sein, dass du ein gutes Tool hast für Dienstleister, je nach Größe, je nach Branche, gibt es hier individuelle Empfehlungen. Wenn du die haben willst, geh gerne auf unsere Homepage, vereinbare in Gesprächen mit mir, dann sage ich dir das genau. Oder schreib mir auf Social Media, dann kann ich dir das auch genau sagen. Weil hier brauche ich die Info, wie viel Umsatz machst du, in welcher Branche bist du. Danach richtet sich erst das Tool. und hier gibt es halt super Tools, die dann zum Beispiel, du stellst die Rechnungen, du versendest die und dann hast du einen Bankkontenabgleich. Das bedeutet, du matchst, dein Bankkonto ist damit verbunden und dann sagst du, guckst du rein und sagst, wurde die Rechnung bezahlt? Ja, nein. Dann matchst du das zu. Und dann ist es ein ganz einfacher Algorithmus. Wenn nicht, dann Mahnung 1 nach x Tagen. Wenn dann nach weiteren x Tagen, die definiert sind, nichts drin ist, dann letzte Mahnung zum Beispiel oder Mahnung 2. Das ist individuell zu definieren. Ich empfehle hier recht aggressiv vorzugehen mit den Zahlungs-, also Zahlungserinnerungen, sofort, wenn die Kohle nicht zum Stichtag kommt und dann zum Beispiel sieben Tage später Mahnung, sieben Tage später letzte Mahnung. Wichtig! Und jetzt kommt hier ein kleiner Hack aus diesen Dingen heraus. Du solltest nicht stumpf durchmahnen bis ins Inkasso. Einfach nur ohne, einfach nur automatisiert. Sondern es muss unbedingt in diesem Mahnlauf ein persönlicher Touchpoint sein. Hier muss eine Person anrufen nach einem genauen Leitfaden oder Skript und muss nachfragen, was mit der Zahlung ist. Das bewirkt oft Wunder, weil du kannst eine Geschäftsbeziehung verbrennen, wenn du es einfach dann ins Inkasso geschoben hast. Vielleicht war ja die Buchhaltungskraft gerade einfach drei Wochen krank. Und der Geschäftsführer war überfordert damit und sagt, Mensch, jetzt haben wir einen Inkasso-Eintrag, deinetwegen, obwohl wir die Kohle nächste Woche überweisen wollten. Und das darf halt nicht passieren. Deswegen immer, immer, immer persönlicher Touchpoint über einen Anruf nach Skript hier mit drin in diesem Mahnlauf. Und das ist super wichtig im Forderungsmanagement. Aber es muss eins sozusagen, das richtige Tool, richtige Tool-Setup gegeben sein. Ups, Tool-Setup. Wie gesagt, je nach Größe, Branche, hier gibt es hier verschiedene Anwendungen. Und das muss dann natürlich auch richtig konfiguriert sein. Und so, dann haben wir auf dem zweiten Punkt die richtige Workflow. Der richtige Workflow, Rechnungsstellung, Zahlungserinnerung, Mahnung 1, letzte Mahnung, vor der letzten Mahnung, persönlicher Touchpoint, dann letzte Mahnung, wenn dann nicht, Inkasso. So, Inkasso kann über, kann über Inkasso Anbieter oder Anwälte laufen. Auch da gibt es individuelle Empfehlungen. Das heißt, die richtigen Workflows. Und dann muss das auch die richtige Schulung geben. und letzter Punkt, das muss mit der richtigen Person besetzt sein. Auch hier gibt es dann Anforderungen. Vor allem muss diese Person aber auch eine gewisse Dominanz mitbringen, aber vor allem eine ganz, ganz hohe Zuverlässigkeit. Hier geht es um wirklich ein super wichtiges Thema. Und diese Person, Forderungsmanager irgendwann, kann eine extreme Relevanz in deiner Firma bedeuten und kann dafür sorgen, dass du dein Cashflow massiv erhöhst. Aber guck erst, dass es gar nicht so weit kommt. Guck, dass du hier saubere Prozesse aufgestellt hast, gute Tools, damit das digital halbautomatisiert passiert. Und dann kann dieser Prozess gut abgearbeitet werden. So, jetzt kommt noch mein letzter Hack dazu. Und zwar kannst du dir diese Schose nahezu sparen, wenn du einfach deine Kunden umstellst auf SEPA. Das bedeutet, mit SEPA kannst du die Rechnungen nach Rechnungsstellung sofort einziehen, so wie du es vereinbart hast mit dem Kunden. Dafür muss ein SEPA-Mandat einfach einmalig ausgefüllt sein. Und das gibt dann entweder, es gibt SEPA-Basis-Mandate, Firmen-Mandate, je nachdem, was da für dich relevant ist. Und dann kannst du die Kohle von deinen Kunden direkt einziehen. Und das sorgt dafür, dass du diesen ganzen Trouble mit Mahnung in Kass so nahezu nicht hast, außer dass eine Transaktion platzt. Und wenn du jetzt sagst, meine Kunden werden das nie machen, doch, ich habe 100% meiner Kunden auf SEPA. Das bedeutet, das funktioniert. Mir springt deswegen keiner ab. Und das ist eine Sache, wenn du eine gute Leistung bringst, darfst du auch pünktlich bezahlt werden. Dein Kunde spart sich die Überweisung, es ist nervig, müßig für ihn. Du sparst dir, dass du deinem Geld hinterherlaufen musst. Es ist eine Win-Win-Situation. Die Leistung muss stimmen und dann funktioniert alles so. Deswegen ist SEPA überhaupt kein Problem. Und es gibt ja auch Tipps und Tricks, wie du SEPA dann, wie du den Einstieg und die Einführung und das Ändern bei Bestandskunden machst. Dazu haben wir dann sehr viele Tipps bei uns, sowohl, wenn wir sowas schulen, als auch im CFO-Service natürlich, wenn wir es done for you alles machen. Und das können wir dann entsprechend somit umsetzen. Das heißt, das sind meine wichtigsten Infos. guter Cashflow bedingt, ein gutes Forderungsmanagement. So ist Forderungsmanagement aufgebaut. Das ist wichtig an der Stelle. Und wenn du wissen willst, wie das individuell für dein Unternehmen, für deine Größe, für deine Branche, für deine jetzige Situation aussieht, dann melde dich da gerne unter www.rg-finance.de. Wir haben für jedes Unternehmen ab ungefähr 15.000, 20.000 Euro Monatsumsatz hier eine passende Lösung, die wir dir dann auch mit sagen können. und ich kann dir individuell auf deine Situation eingehen. Von daher melde dich da einfach und wenn dir das Video gefallen hat und Mehrwert gegeben hat, gerne einen Daumen hoch. Ansonsten sehen und hören wir uns bald wieder.